Was ist für dich? Was ist für dich? Was ist für dich? Was ist für dich? Du wirst ein bisschen warten, aber du wirst dieses Podium hier. Und jeder denkt, dass es das beste ist. Ja, es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Ich kann es noch nicht glauben, weil ich zwei Wochen vorhin bin ich 31. Also habe ich nicht in der zweiten Runde gewonnen. Und heute gewinnen, das ist perfekt. Jetzt habe ich wirklich viel Selbstvertrauen. Meine Backprobleme werden besser und besser. Es ist ein perfekter Tag. Und natürlich Engelberg ist ein spezielles Ort für mich. Du fühlst dich, dass du ein bisschen glücklich bist mit den Regionen? Oder war es fair? All in all, es war eine gute Kompetition, ich denke. Natürlich in der ersten Runde hatte ich ein bisschen Glück, weil ich mit einem Gait unter anderem habe, und ich hatte gute Konditionen, und ich konnte weitermachen. Es ist immer besser, als ich mehr in-run speed und ein höherer Gait habe. Aber all in all, ich war auch wirklich gut in allen Trainingsjumps, und ich wollte die Qualifikation gestern. Also denke ich, es ist okay. Speaking of the in-run speed, du hast hier in Engelberg gewonnen. Und auch die Polish-Jumpers sahen, wie schnell du bist. Ja, das ist perfekt. Weil immer, wenn du schnell bist, ist es viel einfacher zu jumpen. Und so, ein großes Dank an unsere Technik. Sie haben einen wirklich guten Job gemacht. Und ich bin auch gut auf meinen Skis. Es ist wirklich wichtig, dass es schnell ist. Und es ist cool. Letzte Frage. Wir haben zwei Wochen in Polen, Wieswa und Zakopane. Findest du diese Kompetitionen besonders? Ja, natürlich. Ich freue mich auch wirklich an diese Kompetitionen dieses Jahr. Weil die Polish-Jumpers sind wirklich stark. Und ich denke, dass es eine große Herausforderung wird, insbesondere in Zakopane. Es werden viele und viele Leute. Und so, es wird sehr, sehr speziell sein. Ich freue mich wirklich an das. Vielen Dank. Vielen Dank. Und gute Glückwunsch. Danke.